In dem heutigen Video möchte ich mit euch bei NBA sowie natürlich wieder meine Aufstellung für die anstehende Game Week besprechen. Auch einen kurzen Rückblick auf die wieder mal nicht so erfolgreiche Game Week wagen und euch natürlich wie immer ein paar Hintergrundinformationen geben. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran und damit ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal MoneyMafia. Starten wir natürlich wie immer mit dem Rückblick und zwar im Limited Contender hat es ja auch bei weitem nicht gereicht. Also überall war wirklich sehr sehr weit weg. Hier 3.185. Starke Leistung natürlich von TJ McConnell, der natürlich auch so ein bisschen profitiert hat von den ganzen Verletzungen, die die Pacers momentan rumschlagen, unter anderem auch gerade den Tyrese Halliburton, den das betrifft. Also von daher, guckt immer auf den NBA Injury Report. Ich verlinke euch das jedes Mal unten in der Videobeschreibung. Und sonst hier noch ein super starkes Spiel von Emmanuel Quigley. Aber da hätte natürlich auch noch mehr kommen müssen, vor allem von dem Lou Dort, Corey Kispert und Trey Jones, damit ich hier überhaupt hätte in die Nähe von entsprechenden Rewards kommen können. Als nächstes Limited Champion, ja hier auch ein sehr starkes Spiel, eigentlich fast nur von Jalen Williams. Gut, LeBron James auch super stark natürlich, aber das ist natürlich auf der MVP-Position dann nicht genug. Da muss dann einfach ein bisschen mehr kommen. Ja, Jonathan Kuminga, Devin Vassell und auch Shaden Sharp jetzt nicht so über Rang gespielt oder nicht deutlich über oder unter der eigentlichen SoRare-Bewertung. Von daher, das war, ja, ist leider auch nicht aufgegangen. Limited Underdog auch wieder nicht ganz aufgegangen, weil natürlich hier zwei Spiele zum Beispiel gar nicht gespielt hatten. Aber dann hier zum Beispiel sehr, sehr starke Leistung, auch wieder von Nickel Alexander Walker und auch von Kevin Hurter. Kevin Radish auch nicht so schlecht, obwohl er natürlich aus meiner Sicht deutlich mehr Potenzial hat. Aber aufgrund der geringen Bewertung hat er dann doch plus sechs hier gehabt, also das ist schon nicht schlecht. Also, ja, Limited Underdog, wenn die anderen noch gespielt hätten, dann wäre ich da auf jeden Fall nah dran gekommen. Aber auch da hat es nicht sollen sein. Genauso wie im Rare Contender, da hat man natürlich überhaupt nicht in die Karten gespielt gehabt, dass es ein Clint Capella zum Beispiel hier ja nicht gespielt hat. T.J. McConnell hatte ich vorhin schon einiges gesagt gehabt. Jalen Smith, auch eine, ja, gute Leistung, würde ich sagen. Und auch Georges Young, auch über der Bewertung. Ja, aber das hat dann, wie gesagt, im Großen und Ganzen leider auch hier nicht gereicht. Und leider auch nicht gereicht, obwohl er ein sehr, sehr starkes Ergebnis war im Rare Champion. Hier bin ich 604. geworden. Ich glaube, das ist eines der besten Ergebnisse seit wirklich langem. Doman ist verboten, ist hier mit einer Monsterleistung. Rudy Gobert und auch Desmond Bain wirklich sehr, sehr stark. Aber dann ist es hier ein bisschen abgefallen mit dem Dennis Smith Jr. und auch mit dem Jeremy Grant. Ja, da hätte ich dann auch noch andere Möglichkeiten gehabt, aber im Nachhinein bist du immer schlauer. Ja, und es hat nicht sollen sein. Und von daher wollen wir nach vorne gucken und uns die Aufstellung für die anstehende 23. Gameweek anschauen. Hier starten wir erstmal direkt mit dem Limited Champion. Hier muss ich ehrlicherweise sagen, auf der MVP-Position habe ich wirklich hin und her geschwankt. Ich habe mich jetzt letztendlich für Alperin Shenggün entschlossen. Ich hatte die Überlegung, eigentlich Anthony Edwards einzusetzen, weil er unter anderem im Spiel gegen die Trey Blazers dabei ist, die er jetzt wirklich einmal richtig auf den Sack bekommen haben. Ja, am Ende des Tages hier Shenggün, weil ich glaube, er ist dann doch noch auch im Matchup gegen die Pistons auch sehr, sehr stark. Auch wenn Jalen Durin echt ein kräftiger Typ ist, glaube ich, dass er ihn wirklich hier out, also ausspielen kann. Von daher ist er mit. Am Start, nee, es ist Devin Vassell. Zwei sehr einfache Spiele, in Anführungszeichen. Also sind jetzt die Bulls und die Hornets, sind jetzt alles kein Überfliegerteams. Da läuft auch viel offensiv einfach und, ja, wenn das einfach rollt bei ihm, gehe ich mal von aus, hast du auch die Möglichkeiten da. Es ist auch per se gut in Form, also wirklich wieder einen Sprung, auch von der letzten in die Saison gemacht. Ja, ist wirklich echt ein guter Spieler für die Spurs. Ja, auch wenn die immer mehr und mehr auch gucken sollten, dass sie, wenn man ja mal sehen sollten, weil der ist ja eigentlich der, ich sag mal, Franchise-Player. Aber sei es drum, als nächstes Zach Levine, der ja nach etwas längerer Verletzungszeit jetzt wieder zurückgekommen ist, gleich erstmal mit einer sehr, sehr starken Leistung. Und, ja, hoffentlich kann er hier in einem von diesen beiden Spielen das auch entsprechend bringen. Ja, jetzt sehr, sehr formschwache Golden State Warriors, die gerade so ein bisschen auseinanderbrechen. Da kann ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall Möglichkeiten sich für ihn eröffnen und dann auch noch natürlich gegen die Spurs, wo ich glaube sogar noch größere Chancen da sind. Und, ja, hat jetzt, wie gesagt, ein sehr, sehr starkes Spiel zurückgehabt. Hat sich dann auch wieder, ja, war dann wieder in der Stammformation, in der Starting Five drin, von daher kann ich mir vorstellen, dass das jetzt so weitergeht und er auch in dieser Game Week gut spielt. TJ McConnell, natürlich hatte ich vorhin schon angesprochen, gehabt aufgrund der Verletzung. Ja, Nemhurt ist jetzt zwar wieder zurück, aber jetzt ist Tyrese Halliburton etwas länger versetzt. Im Adduktorenbereich ist er ja so sehr schwer weggerutscht. Das sah nicht so gut aus auf jeden Fall. Und, ja, hier natürlich wieder zwei Spiele. Da jetzt nicht on detail, dass das jetzt die allerbesten Matchups sind, aber er ist auf jeden Fall so, dass er, wenn er reinkommt, ein super Solida-Spieler ist, hat richtig große Erfahrung, verteilt viele Bälle, bringt auch die ein oder anderen Rebounds zu sich und natürlich auch die ein oder anderen Punkte. Also wirklich extrem guter Ergänzungsspieler aus meiner Sicht. Und hier habe ich mich hinten raus für Emanuel Quigley entschlossen. Ja, einfach mit dem Hintergedanken, dass er wirklich jetzt hier sehr stark bei den Raptors gestartet ist. Ich hätte noch die Möglichkeit gehabt, Malik Monk hier einzusetzen. Aber, ja, bei Malik Monk sind die Leistungen aktuell ein bisschen schwankender. Also teilweise sehr, sehr starkes Spiel dabei, manchmal dann nicht so gute. Und Emanuel Quigley ist sehr konstant, so bei 35 bis 40 momentan. Und das will ich hier noch nutzen, solange die Durchschnittsbewertung noch so niedrig ist. Das ist, wie gesagt, meine Aufstellung im Limited-Champion-Bereich. Machen wir direkt im Contender weiter. Im Contender und zwar hier auf der ersten Position erstmal gleich Trey Jones. Zu den Match-Ups hatte ich vorhin, der schon einiges gesagt hat. Für die Spurs ist jetzt auch mehr und mehr wieder, zumindest in den letzten Spielen, auch als, ja, Strating-Point-Guard gekommen. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht wirklich der Einzige, der das da ein bisschen spielen kann bei den Spurs. Von daher kann ich mir vorstellen, dass er jetzt hier auch die Chance bekommt, da entsprechend auch wieder zu spielen. Hat wirklich aus meiner Sicht sein Ding auch echt gut gemacht. Ja, bin auch ein Fan von ihm, muss ich ehrlicherweise sagen. Ist auf jeden Fall hier in meiner Aufstellung mit dabei. Als nächstes Alex Caruso. Auch zwischendurch nicht gespielt aufgrund von Verletzungen, aber jetzt auch wieder zurück. Auch sehr schwankende Leistung. War teilweise auch immer wirklich sehr, sehr gute Spiele dabei. Es wirklich kommt über seinen Einsatz. Und, ja, ist auf jeden Fall hier in meiner Aufstellung dabei. Als nächstes Onyeka Okonwo. Ja, aufgrund der Verletzungen, die wir jetzt beim Clint Capella gesehen haben, gehe ich mal von aus, der ist zumindest jetzt immer noch auf dem Injury-Report drauf. Auch nur als Game-Time-Decision. Aber ich kann mir vorstellen, dass er auch hier nicht spielen wird. Und dann natürlich auch vor allem dieses Match-Up, gerade gegen die Wizards, wo ich mir vorstellen kann, dass Okonwo da echt gut spielen wird. Ja, gegen Daniel Gafford, also von daher ist er hier auf jeden Fall für mich gesetzt. Als nächstes Herb Jones. Ja, wie es dann immer so ist, hatte ich ihn im vorletzten Game-Movech drinne. Nicht gut gespielt, habe ich ihn rausgenommen. Auf einmal explodiert er hier wieder. Ja, jetzt natürlich zwei Spiele, wo er, glaube ich, die Hände voll zu tun haben wird. Vor allem defensiv. Ist die Frage, wie viel Energie er dann noch offensiv haben wird. Aber wenn er den einen oder anderen Stil wegfängt. Und bei den Spurs, bei den Spurs habe ich schon, bei den Pelicans momentan auch sehr viel auf dem Injury-Report. Auch wenn es nur als Game-Time-Decision ist. Aber da könnte sich vielleicht die ein oder andere, ja, freie Möglichkeit für ihn ergeben. Wo er dann eben auch als Scorer aktiv werden muss. Und last but not least hier in dieser Aufstellung John Collins, der wirklich, ja, sehr konstant die letzten Spiele gemacht hat. Alle jetzt nicht so deutlich überragend. Vielleicht kommt das jetzt mal wieder. Und ja, wollen wir mal schauen. Vor allem eben hier im Match-Up gegen die Raptors, die ja auch jetzt eine Verletzung von Jakob Pölzel es hatten. Und er spielt komischerweise viel offizienter momentan. Was bei mir natürlich ein bisschen zu dem Problem führt, dass Walker Kessler nicht so viel spielt dieses Jahr. Was echt ein bisschen strange ist. Aber ja, so ist es nun manchmal. Ist wie gesagt hier bei mir auf jeden Fall in der Aufstellung mit im Limited Contender dabei. Auch hier möchte ich euch nochmal kurz Limited Underdog zeigen. Also wieder mal, dass ich das hier ins Rennen schicken kann. Vielleicht mal hier als Erwähnung James Booknight, der jetzt auch wieder ein paar Chancen gehabt hatte, zu zeigen, was er drauf hat. Ja, Lamella Ball immer noch auf dem Injury-Report drauf. Von daher ermöglicht sich da auch wieder die ein oder andere freie Chance für ihn und ist aus meiner Sicht wirklich auch ein Scorer, wirklich ein Baller, ja. Aber natürlich, wenn du nur gewisse Spielzeiten bekommst, dann ist es natürlich auch für dich schwierig, erstmal in den Rhythmus zu kommen. Hat aber in der letzten Saison echt ein paar stark Spiele gehabt, ja, und ich glaube, da kann man auch drauf aufbauen. Ansonsten natürlich Oliver Maximus Prosser, da muss man hoffen, dass er überhaupt die Spielzeit entsprechend bekommt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Sandoma Mukilashvili, der quasi kaum Spielzeit bekommt, auch wenn man jetzt bei den Spurs natürlich auch sehen muss, dass einige auch verletzt sind. Ja, aber da ist er irgendwie in der Rotation nicht so richtig reingekommen. Auf jeden Fall, das wollte ich euch nur kurz gezeigt haben, auch wenn ich mir hier keine großen Hoffnungen mache, dass ich hier wirklich in die Rewards kommen sollte. Ansonsten machen wir weiter im Rare Champion. Das war tatsächlich auch wieder die Aufstellung, die ich zuerst gemacht habe. Ich bin wirklich auch weiterhin optimistisch, dass da ja einiges geht. Ich habe ja gerade gesehen gehabt, ich war echt nah dran, ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einfach gesehen hätte, ich hatte als Beispiel den Kollegen Jeremy Grant drinne, wenn ich Grant nicht drinne gehabt hätte, sondern einfach, ja, von den Mavs, den Shooter, und zwar Tim Hardaway Jr., dann, ja, hätte das gereicht. Schade, schade, schade. Von daher, ich gebe das hier nicht auf. Auf jeden Fall, erste Position hier gleich erstmal direkt zu Domantas Sabornos. Der ist einfach absolute Maschine. Bin ich froh, dass ich ihn hier als Rekater habe. Das ist auf jeden Fall mein gesetzter MVP. Dann haben wir Desmond Bain. Ja, zwei Spiele. Natürlich jetzt auch schwer wieder einzuschätzen, wie es jetzt abläuft, wenn John Morant nicht da ist. Wie das viel, ja, auch Aufbaumöglichkeiten und Spielmöglichkeiten fallen jetzt zu ihm. Das ist jetzt nicht unbedingt seine Größe, Stärke, aber von daher mal gucken, wie das jetzt die nächsten Wochen weitergeht. Zack Levine, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, gab jetzt wirklich ein sehr starkes Spiel. Wenn ich ihn auch drin gehabt hätte, boah, ja, das wäre auch stark gewesen in der letzten Gameweek, aber, ja, hat nicht sollen sein. Und ansonsten John Collins hatte ich einiges schon gesagt gehabt und auch TJ McConnell. Also wenn, ja, TJ McConnell, John Collins so Richtung 35 Punkte beide gehen, ja, Sabornos wieder ein sehr, sehr starkes Spiel macht. Desmond Bain auch und Zack Levine auch. Ja, dann geht das auf, ja, ich wünsche mir jetzt hier einiges, ja, vielleicht wird es ja wahr, aber von daher mal schauen, wie das hier abläuft im Rare Champion für mich. Und last but not least natürlich noch der Rare Contender zu Herb Jones, hatte ich vorhin schon einiges erzählt gehabt. Bruce Brown ist jetzt auch mal wieder mit einem stärkeren Spiel zurückgekommen. Ja, vielleicht kann er das auch aufrechthalten, bin ich gespannt. Hier zwei Spiele gegen die Hawks, gegen die Nuggets. Bei den Hawks zum Beispiel auch jemand wie Trae Young momentan auf dem Injury Report drauf, von daher, ja, vielleicht auch die Möglichkeiten, dass er nicht ganz so defensiv viel Arbeit auf ihn abfällt und er dann eben offensiv ein bisschen was machen kann. Ansonsten Corey Kispert, ich meine hier, viel andere Möglichkeiten hatte ich tatsächlich in dieser Aufstellung nicht, ihn aufzustellen. Wie gesagt, ansonsten eigentlich grundsolide. Als nächstes ist Jeremy Grant, ja, der muss einem echt leid tun bei den Trae Blazers. Er kriegt da Woche für Woche auf den Sack und ist eigentlich, ja, mit Abstand der beste Spieler dort. Der muss eigentlich da wirklich langsamer weg, bevor er da seine ganze Prime, ja, versauert, weil, ja, so cool die Trae Blazers auch sein mögen, aber die sind im Rebuild. Das wird nach Jahren dauern, bis die irgendwann überhaupt in irgendwelche Richtungen gehen. Ähm, ja, wenn man hofft, dass die Spieler sich auch so entwickeln, wie man am Anfang der Saison auch gedacht hat. Ja, und last but not least, Torian Prince. Ein Spiel jetzt nur gegen die Jazz, die wirklich auch momentan echt auch gut spielen, ja, aber auch die Lakers jetzt wieder ein bisschen gegengesteuert, auch wenn sie jetzt wieder ein Spiel wieder verloren hatten. Ist auf jeden Fall bei den Lakers derjenige, aus meiner Sicht hinter Anthony Davis und LeBron James und Austin Reeves, in Anführungszeichen, der so mit am konstantesten ist. Ansonsten alle anderen, ja, wirklich immer viel geswitcht und wirklich hin und her gewechselt. Und er kriegt auf jeden Fall die Spielzeit, von daher ist er bei mir hier im Rare Contender mit dabei. Und die Hoffnung, da stirbt nicht auf jeden Fall, dass ich hier auch hoffentlich mal wieder einen Reward gewinnen kann. Ja, das sind auf jeden Fall meine Aufstellungen. Lasst mir auf jeden Fall eure Meinung dazu unten in den Kommentaren da, auch was ihr dazu denkt. Ja, zu den einzelnen Positionen vielleicht, zu den einzelnen Spielern. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, hier in den Austausch mit euch zu gehen. Und ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen für die anstehende Game Week. Ich hoffe, es läuft bei euch besser als bei mir jetzt die letzten Wochen. Und ja, wenn ihr jetzt neu sein solltet bei MBS2Rare, also gerne mal reinschauen. Ist alles nicht ganz so easy, ja, hier auch wirklich in die Rewards zu kommen, aber Möglichkeiten auch passives Einkommen zu generieren. Und wenn ihr 5 Limited Karten in der Auktion ersteigert, wenn ihr über meinen Link geht, erhaltet ihr eine Limited Karte gratis dazu. Das geht nur über diese Affiliate Links. Also von daher aus meiner Sicht eigentlich eine Win-Win-Situation, denn ich bekomme dann ebenfalls eine Karte. Wenn ihr euch aber einfach nur so meldet, bekommt ihr das nicht. Von daher macht das auf jeden Fall. Und wenn ihr nicht meinen Link nehmt, dann auf jeden Fall von Verwandten, Bekannten, oder was auch immer. Und ja, dann lasse ich euch abschließend hier auf jeden Fall noch eine Video-Empfehlung und eine Playlist von mir einblenden. Wünsche euch viel Erfolg bei der Game Week. Ein großartiges Wochenende. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.